Hallo, ich bin der Paul. Ich bin mittlerweile 23 Jahre Milchsammelbogenfahrer bei der Miele. Ich bin hier in Tauferer Arntal unterwegs. Rein in Tauferer Sachernach ist Tauferbrunnig einerwärzig und das ist sicher eines der schiensten Gebiete. Das ist auch meine Heimat und es ist fährig oder andere Urlaub machen. Ich starte um eine halbe 6 Uhr in Brunnen, dann habe ich die Pfalzen, Essingen und Stägen. Dann tue ich anlegen und danach fahre ich rein, Fachhinein, Kämmerten, Bulten und einen Teil von Gäuse. Im Winter ist es sicher, dass ich keine Zucker schlecken kann, aber es ist sicher eine der schiensten Arbeiten, die du haben kannst. Ja, meiner Arbeit gefällt mir gut, dass du mit Leidzeiten hast, mit den Mitgliedern und es ist auch mit dem ganzen Personal und mit alles und das ist sicher ein bäriges Ding. Ja, mittlerweile kenne ich die Bauern alle persönlich und es hat sich auch die eine und die andere Freundschaft daraus entwickelt. Ja, es ist dann jeden Tag eigentlich eine zeitige Sache, wenn man wieder mal zu arbeiten geht, gesund ist und das hoffentlich lange weiter so machen kann.